Logbuch des Kapitäns Sternenzeit 2027,1 Liebes Cindy, ich werde von dem bösen Kaiser Klingon auf einem öden Asteroiden gefangen gehalten. Musst du denn ständig rummeckern? Es sind doch nur sechs Wochen. Keine gute Idee, dass ich dir erlaubt habe, deine Kamera mitzunehmen. Du machst hier wertvolle Erfahrungen, Paul, und dafür wirst du mir dankbar sein. Dankbar sein ihm? Für das hier? Was ist das bloß für ein Leben? In die Berge verschleppt zu werden, nach uralten Scherben und Außerirdischen zu suchen. Oh, was soll's. Cindy, ich habe neulich hier den Arbeiter in meinen ersten Sketch vorgespielt. Kann man eigentlich ganz gut, obwohl sie kein einziges Wort Englisch sprechen. Also, ich finde die Leben hier hinterm Mond. Unglaublich, die kennen nicht einmal Mickey Maus. Was willst du da machen? Nächstes Mal verteile ich Kichererbsen. Paul, hör auf damit. Du wirst sowieso nicht nach Los Angeles gehen, um Komiker zu werden. Ich will aber, Dad. Nein, du gehst nicht, Paul. Und weißt du warum? Du bist nicht witzig. Und du weißt überhaupt nicht, was in Los Angeles los ist. Es ist wie New Jersey mit Erdbeben. Komm, wir gehen jetzt. Morgenstund hat Gold im Mond. Ah, sind die Rührer fertig? Doktor, Doktor. Wir haben jemanden, der den Stein übersetzen kann. Wunderbar, Raman. Ist das nicht aufregend, Paul? Ja, ich bin total geschockt. Aber du, Viracocha, in der Ratte, in der Ritter, in der Ritter. Was hat er gesagt? Hm, er hat bestimmt so viele Kuckablätter gekaut, Doktor. Er sagt, es heißt, höre auf, Viracocha. Das Feuer der Götter wird immer Gerechtigkeit bringen, von heute bis ans Ende der Zeit. Man sollte den Alten fragen, wie oft er sich den Fluch der Mumie reingezogen hat. Ist er sich ganz sicher, Raman? Oh, er war sich schon sehr sicher, Doktor. Irgendwas über Außerirdische? Nein, absolut nichts. Hm. Okay, Paul. Es wird Zeit für ein paar archäologische Ausgaben. Du weißt doch, Papst, ich habe mich schon auf dem Schulfrieddorfstum angestellt und deshalb... Paul. Papst, ich warte lieber hier draußen. Paul, jetzt, komm mit. Paul, das ist ja unglaublich. Ich habe eine Gänsehaut. Nur weil es kalt ist, Papst. Hier kriegt man eine Lungenentzündung. Ich will nach Hause. Sei ruhig. Psst. Oh, sieh mal. Guck dir mal die Steine an. Es ist unglaublich, wie die zusammengefügt sind. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass Außerirdische die Steine mit Lasern geschnitten haben. Was ist das denn? So eine Art magersüchtiger Spanier, Papst. Was war das? Paul, schau dir das an. Das ist Inten. Der Sonnengott, der Thema Nackfass. Unterhalten, der Junge. Keine Karies. Oh, wirklich erstaunlich. Untersuch mal diese Seite da. Mach schon. Oh, guck dir das an. Das ist unglaublich. Das ist pures Gold. Es ist nicht zu fassen, dass die Spanier das nicht weggeschafft haben. Was ist los? Wenn das so eine einheimische Kakerlake war, Papst, größer als ein Kocker Spanier, dann werde ich hier abhauen. Ganz ruhig, Paul. Ich sehe mal nach. Nichts zu sehen. Hier vorne, Papst. Was? Komm her. Ich hatte recht. Das ist ein Außerirdischer. Papst, wieso bist du dir denn da so sicher? Muss aber klug sein, der Kleine. Dann hat er eben Spanisch gelernt in der Zwischenzeit. Oder was soll das sonst bedeuten? Ein genetisches Experiment der Nazis. Nein, das ist ein Außerirdischer. Ach, hol doch mal was zum Einpacken für ihn. Du wirst mir sehr hilfreich sein, Amigo. Amigo! Mit dir kann ich beweisen, dass Machu Picchu wahrscheinlich ein Kontrollturm war für außerirdische Raumschiffe. Lass die Skeptiker lachen. Ich werde ihnen meinen lebenden außerirdischen Beweis mitbringen. Stimmt's, Amigo? Amigo! Amigo! Papst, das Einzige, was ich gefunden habe, ist mein Kleidersack. Ich hoffe, es stört dir nicht, in meiner Unterwäsche zu sitzen. Hm, kein großes Risiko. Hier, halt das mal. So, mal sehen. Schokoladenriegel? Davon kann er Pickel kriegen. Ramon! Ich muss hiervor noch eine Probe nehmen. Was glaubst du, was das ist? Ich weiß nicht, aber so wie es hier im Dunkeln leuchtet, sieht es aus wie Giftmüll. Du Papst, er geht in die Tasche. Ah, sehr gut. Ramon! Ja, Doktor? Zwei Dinge, Ramon. Wir müssen unbedingt sofort nach Lima und besticht die Arbeiter, damit sie nichts verraten. Das ist nicht mehr nötig, Doktor. Wieso? Sind alle weggelaufen. Schreien. Oh ja, das will ich auch machen. Halt. Voi, mubarra totes. Ja, einen schönen Feierabend. Gracias. Ah, schmeckt's gut. Vielleicht ist das nur ein Mistkäfer aus dem Weltall. Sehr witzig. Wtóre! Oh ja. Schreies! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt wird dein Kumpel dir mal was sagen Du warst 12 dB über dem erlaubten Geräuschpegel und das ist nun mal kein Pappenstiel Aber ich hab runtergeschaltet, um langsamer zu werden Und ich hab dir schon öfter gesagt, lass den Auspuff reparieren Und vielleicht hältst du dich ja jetzt mal an die Umweltschutzbestimmungen damit Sweetwater ein schöner Ort bleibt zum Leben und zum Kinderkriegen Such dir den richtigen Beruf Such dir den richtigen Beruf Reparier den Auspuff der Umweltsünderin Niedlich die Kleine ab, ein Miststück Ja, 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 ist ja schon gut, Kerlchen, ist ja gut, ja, wir sind ja jetzt da Ich glaube, er ist ein bisschen reisekrank Psch, okay, ist ja alles gut Was meinst du damit, dass du jetzt Vegetarierin bist? Na genau das, was ich dir gesagt habe Also technisch gesehen Ist das doch leicht zu begreifen Ich will einfach keine warmblütigen Tiere essen Das ist alles Ich steh mal auf Ja, und was bleibt denn da noch übrig? Schlangen und Salamander? Ach, mach doch da nicht so ein Riesending daraus Ich esse ja immer noch Meeresfrüchte Also ich finde das Ganze irgendwie komisch Hey Kumpel, guckst du auch mal Fernsehen? Fernsehen! Hallo, ich bin Tessil Waterman Zurzeit werden mehr als 60 Weinmixgetränke auf dem Markt angeboten Aber es gibt nur ein Original Tessils ganz natürliche Weinmischung mit allen guten Sachen, die Kalifornien zu bieten hat Tessil Und du surfst auch ohne Brett Onkel Tessil, was für ein Depp Was für ein Depp? Ich hab hier was zum Naschen Willst du was zum Knabbern? Knabbern! Och, ist der niedlich Kann er jetzt nicht aus der Tasche raus? Nein, auf keinen Fall Lass ihn da drin Er darf auf keinen Fall von jemandem gesehen werden Ja, hallo? Er glaubt, es ist ein Außerirdischer Michael Jackson hält er auch für einen Außerirdischen Das Gegenteil ist auch noch nicht bewiesen Also ich habe lang keinen mehr so reinmampfen sehen Seit dem Tag, als du so betrunken warst Weißt du noch, du hast die ganze Tafel Haschisch gegessen Ja, du dachtest, es wäre ein Schokoriegel Jetzt habe ich's Was? Er ist ein Munchie Wir müssen dem jungen Namen geben Zum Beispiel Arnold Zipfel Zipfel? Das Schwein aus der Comicserie? Ja Guck mal, der gefällt ihm Oh Mann Also hier ist die Nummer des Hotels, in dem ich heute übernachte Und dann höre ich mir in der Universität Dr. Crowders Vorlesung an Hieroglyphen der Inka Kunstform oder kosmischer Witz Und erzählst du ihnen was von Arnold? Von wem? Arnold! Ach, unser kleiner Freund in der Tasche Aber sicher erzähle ich ihm von Arnold Er soll ihn sich selbst anschauen und seine eigenen Schlüsse ziehen Er hat angedeutet, dass er an Besucher außerirdischer Wesen glaubt Hier in seinem Buch, Tagebuch des Eroberers Falls er meine Theorie bestätigt Finde ich auch einen Verleger für mein Buch Dann gibt's keine Geldprobleme mehr Hoffe ich Das wär super Ich bin wirklich froh, dass du mich dabei unterstützt Ich brauch nämlich deine Hilfe Du musst unbedingt auf Arnold aufpassen, bis ich zurückgehe Oh nein, was denkst du dir dabei? Ich soll hier zu Hause sitzen und Babysitter spielen für einen Gartenzwerg? Also gut, dann machen wir es anders Du wettest doch ab und zu Ich mach dir ein Angebot Ich wette, dass du nicht einen Tag auf Arnold aufpassen kannst Wenn du gewinnst Dann reden wir über deine geplante Komikerkarriere unten in L.A. Gut, ich bin dabei, aber was passiert, wenn ich verliere? Dann bleibst du hier, gehst zur Universität und machst später was Vernünftiges Na, das ist ja ein tolles Angebot Du musst ihn unbedingt versteckt halten Niemand darf etwas über ihn erfahren Okay? In Ordnung Ich verlass mich auf dich, Paul Ach, Herrje, mein Gott, womit habe ich das nur verdient, dass ich diese verdammte Eizelle damals noch mal geteilt hat Willkommen daheim, Bruder Herz Du wolltest mir doch deine Hälfte des Grundstücks verkaufen, wenn du wieder da bist Und ich bin immer noch interessiert Also, du brauchst nur noch zu unterzeichnen Tut mir leid, Cecil, aber ich bin jetzt anderer Meinung Ich, äh, ich hab jetzt neue Pläne und es sieht ganz so aus, als würde das klappen Ähm, ich möchte dich zwar nicht brüskieren, aber da ist ne Menge Geld für mich drin Und damit wären die mageren Zeiten wohl vorbei, also halte ich es für wenig sinnvoll, mit dir einen Vertrag zu machen Entschuldige mich So wird hier also jetzt gespielt, hm? Na gut, Bruder Herz Das bereust du Auf Kanal 3 bringen sie nur abgefahrene Sachen Und auf 24 kriegst du all die alten, wirklich guten Filme Und hiermit kannst du ihn anschalten Willst du mal versuchen? Einschalten Genau Wir haben für Sie die besten Steaks und die knusprigsten Kroketten Außerdem hundertfache Auswahl an der extra langen Salatbar Dieses Steak ist so zart, wie ich es vorher noch nie gegessen habe Und ich esse nur noch diese tollen Kroketten Sehen Sie, absolut zartes Rindfleisch, das Ihnen im Munde zergeht, gibt's nur im Steakparadies Vier Restaurants ganz in Ihrer Nähe Ich danke Ihnen Truckin' up to Buffalo Ich helfe mir mit dir zu machen Ach, das ist aber schade, Dude Weißt du was? Entweder du hilfst mir, oder? Du kannst deinen Rucksack nehmen und demnächst wieder unter freiem Himmel übernachten Sieh mal, du brauchst Geld und ich hab einen Job Na, machst du mit? Oh Mann, ich hab ja gar keine andere Wahl Wenn ich jetzt nicht mache, was du willst, werde ich bald wie ein Hund krepieren Oh, hallo Hallo, meine Süßen Na kommt, es gibt Mittagessen Komm her, Peti Komm her, Woody Kommt hoch, Jungs Happi, Happi, schnapp, schnapp Glaubt, das wird ihm gefallen Arnold Hör mal, Paul Arnold vergnügt sich gerade mit Miss Juni Und du weißt auch, dass wir beide uns schon sehr lange, naja, nicht mehr richtig gesehen haben Ich soll also meine sehr verantwortungsvolle Aufgabe nicht zu ernst nehmen und mich stattdessen mit dir beschäftigen Absolut richtig Also gut Okay Pass doch auf, wo du hinlatschst Nimm den blöden Hut ab Du hast wohl noch nie in deinem Leben einen Krimi im Fernsehen gesehen, was? Meinst du, ich will bei so einer Aktion gleich von jedem erkannt werden? Schön, dass du wieder da bist Paul, Paul sei nicht so grob Ich hab doch gar nichts gemacht Eve, widerlich, Finger weg, du stinkmobst Arnold, geh sofort wieder runter und guck Fernsehen Hau ab Ich hab' Ich hab' Oh, come on. Also gut, ich entschuldige mich. Wenn ich jetzt sage, rennst du rüber zum Wohnzimmer und sperrst ihm den Weg ab. Womit denn? Jetzt! Was jetzt? Nun renn doch! Hab ich dich! Mit dir geht alles schief! Ich werde dich schon noch erwischen, du kleine Ratte! Komm her, Kleiner, komm, komm! Mietz, Mietz, Mietz! Komm schön her, komm Mietz, Mietz! Und du glaubst ganz sicher, das Ding ist eine Katze? Sei still, halt lieber die Mülltüte bereit! Komm her! Oh Mann, irre! Wahnsinn, das ist ja total irre! Mit der gleichen Methode könnten wir auch den Schneemensch in Nepal einfangen! Los, raus hier! Hey, kleines Doktorspielchen! Was? Also das gehört eben? Wahrscheinlich plündert Arnold gerade den Kühlschrank. Schlag mich noch mal! Hallo, du Pepp! Ihr beiden kennt euch wohl näher, hä? Werd nicht frech, du Pisser! So, das war's dann wohl, Papa, aber ich muss jetzt leider gehen... Oh nein, das wirst du nicht, du bleibst schön hier! Du wirst auf das Viech hier aufpassen! Aber ich hab noch was Drängliches vor, ich muss mir unbedingt noch Eintrittskarten besorgen für das Open-Air-Festival! Aber mein Junge, hab ich dich nicht die ganze Zeit wie meinen eigenen Stiefsohn behandelt? Aber ich bin doch dein Stiefsohn! Na siehst du, hab ich dich nicht immer wie ein Stiefkind behandelt? Klar, du hast mich ständig wie ein Stiefkind behandelt! Sehr richtig! Und deshalb beschützt du das Viech mit deinem Leben, oder ich werd dir den Hals umdrehen! Drohst du mir damit, Papa? Ja! Na gut! Ich fahr jetzt zum Busbahnhof und werde deine Mutter abholen! Und mach keinen Mist! Rumpfkopf! Rumpfkopf! Wo steckst du? Ich bin hier hinten hinter der Wassermelone! Ich seh keine Wassermelone! Hey, hör auf damit, du pelziger Schlappschwanz! Für den Tisch hat meine Mama über 4000 Bücher mit Rabattmarken vollgeklebt! Was ist denn Quatsch? Was ist denn Quatsch? Ich hab gesagt, Finger weg! Gut gelandet? Gut gelandet? Oh nein! Oh nein! Meine Dorstplatten! Jetzt werd ich dir das Genick brechen, du! Aufh! Oh nein! Oh... Oh! 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 Das war's für heute. Wie wär's, noch ne kleine Massage mit dem Billardstock, hä? Ja! 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 Ich hab' dich vermisst! Wirklich? Ganz schön kalt nachts im Bett ohne dich. Oh, sehr, sehr. Mein Schnuckler, du. Schatz, wie geht's denn eigentlich meinem kleinen Sohnemännchen? Na gut, gut, sehr gut. Weißt du, was ich nicht verstehe, Liebling? Warum hast du eigentlich dieses widerliche Kind adoptiert, diese Witzfigur, als du damals deinen Ehemann verlassen hast? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte einfach nur Mitleid mit ihm damals, weil er so hässlich und dämlich war. Was ist denn hier los, Mann? So ein mieser kleiner Bastard. Unglaublich böse drauf. Einfach nicht so fassen. Oh, ja. Hey, Rudi, wie geht's denn heute? Mensch, was hab' ich letzte Nacht bloß getrunken? Ich, ihr Rudi, wo sind wir eigentlich? Hey, guck dir mal die Küche an. Hast du schon mal so ne hässliche Küche gesehen? Kommt. Kommt, wir hören ab, kommt schon. Trucking. I got my chips, cash deal. Keep trucking. Los, dreh voll auf, Alter! Komm nach Hause, Arnold! Das geschieht dir ganz recht. Ist doch völlig klar, dass der ausflippt, wenn du ihm so ein Heft gibst. Du tust ja so, als hätte ich ihm ne Vollpension im Hauptquartier von Playboy verstanden. Du hast dich einfach nicht um ihn gekümmert. Pass auf, du könntest mir ruhig ein bisschen mehr Vertrauen schenken. So hab' ich dich nie kennengelernt. Ist gar nicht so einfach mit der Liebe. Wo sind die denn auf einmal hergekommen? Ich weiß nicht. Du wartest hier. Ich laufe hinten rum und du lenkst sie inzwischen ab. In Ordnung? sehr gut. Hallo Jungs! . . . . Ba dumm bam Ba da 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 dumm bumm ba Ba da 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 dumm ba da da dumm bam 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 Oh, beeilig! Ba da 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 dumm bam bam Schlecht, nicht schlecht! Gut gemacht! Wir haben Sie! Du könntest für mich ruhig auch mal so tanzen Verdammt! Au, mein Trommelfell! Wie geht das? Das stinkt los! Ach, Sie alle, Alter! Mach schon! Komm, Arnold, sei vernünftig und gib mir das Gewehr! Hör nicht auf ihn! Gib mir das Gewehr! Ich werd gleich stink sauer! Bleib stehen, Mann! Was ist denn bloß in die Gefahren? Los, jetzt starten! Sind weg! Komm, wir fahren hinterher! Hey, gib das mal! Es geht nicht schneller! Komm doch, lass mich mal ran! Hey, geht's hier um die Rallye-Weltmeisterschaft? Wir brauchen nicht so viel oder du willst ein Krebskrieg! Ich bin versichert! Dir lieber die Landschaft an, du pfeife! Wir werden so schnell nicht mehr hierher kommen! Was denkst du dir? Meinst du, du kannst mich abhängen? Aber vorher zerschieß ich dir alle Reifen! Das hatten wir doch schon mal! Hä? Du glaubst wohl bloß, weil mein Vater zur Zeit einen Kurs zur Terrorbekämpfung besucht, kannst du wie ein Verrückter durch die Gegend rasen! Ähm, Eddie, du wirst es sicherlich nicht glauben, aber Cindy's Vater ist beim CIA! Unser Auftrag betrifft die nationale Sicherheit! Dieses hässliche Auto da vorne war voll mit russischen Spionen und Geheimpapieren aus Silicon Valley! Wirklich? Ja! Braucht ihr Hilfe? Ihr braucht einen wie mich! Ich war mal einer der besten Pfadfinder! Also gut! Aber die ganze Sache ist streng geheim! Aha! Wir haben guten Grund anzunehmen, dass diese Bande geplant hat, den Golfplatz zu sprengen! Als Kritik am American Way of Life! Okay! Danke, Paul! Woher hast du gewusst, dass mein Vater beim CIA ist? Na, sie haben ihn verpfiffen! Was liest du denn da? Aha! Das ist die allerneuste Ausgabe meiner Frauenzeitschrift! Hier ist ein Interview drin mit Arnold Schwarzenegger darüber, wie schwer sensible Typen heutzutage mit Verabredungen haben! Sag mal, warum liest du eigentlich nur diesen Käse? Das gehört zur Allgemeinbildung, Schätzchen! Oh, guck mal! Hier steht dein Horoskop! Das fehlt mir gerade! Hier steht beim Krebs, sie haben in diesem Monat zu wenig Geduld mit ihren exzentrischen Nachbarn! Home is where your heart is! Mwah! Ja! 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 Da, ganze Zeit, quarrel!? Center! Ja! Ta, ta, ta! Pasbaree auf geht! Ich werde euch wohl mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen müssen, Mist, Lande. Die Entdeckung, Mama. Verrückte Gauten, auch noch Gewehre haben. Idioten! Superreise. Kommt, die haut ab. Das werdet ihr mir büßen, ihr pfeilige Abschwänze. Oh, die haben wir's gezeigt. Willst du dich herrschen? Wo sind sie langgefahren? Da, die Straße runter! Oh, musst du immer so hart bremsen? Oh, du ruinierst meine Pfeilige! Was ist denn was? Wie sieht's denn hier aus? Die Putzfrau wird total ausflippen! Oh, nein! Oh, mein Originalplastik! Elvis! Oh, du! Ich bin tot! Oh! Tja, sieht wohl so aus. Guck dir nur diese Schweinerei an, mich zu fassen. Oh! 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 Sven! Nein! Irgendein Verbrecher hat meine tropischen Fische erträngt! Aber was ist dir bloß passiert? Dein Sohn hat mal wieder alles versaut und zwar gründlich! Ich hätte Simon zwingen können, mir sein Grundstück zu verkaufen, aber er hat's versaut! Er hat dieses Viech entkommen lassen! Was denn für ein Viech? Ach, so'n verdammtes Ding, das Simon aus Peru hat! Wir müssen jetzt den alten Ed herholen, so schnell wie möglich! Lass uns Eddie holen! Eddie! Sein Wagen stand eben am Golfplatz! Sehr schön! Der ist ja noch blöder als sein Vater! Aber wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl, solange sein Vater nicht zurück ist! Clearview, bitte! Die Nummer vom Easy-8-Motel! Komm mal langsam! Hey, hau ab, Mann! 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 Bleibt zurück! Bleibt zurück! Ist wohl verrückt fast? Hey, hau ab, Mann! Hey, hau ab, Mann! Die schruss ich in der Pfeife! Mieser kleiner Wichser, verpiss dich! Attenke! Hohohoho! Heu-haaa! Wo sind sie langgefahren? Wann werden sie es einsehen und endlich begreifen, dass die böse rote Flut des Kommunismus das amerikanische Wesen zerstören will und außerdem unseren amerikanischen Lebensstil korrumpiert? Diese sowjetischen Knechte bringen mich nochmal zum Kotzen. Ihr kommt euch wohl ungeheuer komisch vor. Schickt mich hier raus zum Bewachen des Golfplatzes und kein Schwein ist da! Diese russischen Spione müssen einen Informanten beim CIA haben, aber wir brauchen deine Hilfe, um an Dudes Auto ranzukommen. Kannst du nicht irgendwie ein Schleppnetz auswerfen oder so? Das wird wohl nicht klappen, Kojak. Eddie! Eddie, warum tust du nichts, um die Katastrophe zu verhindern? Mit allem gebotenen Respekt, Mr. Waterman, darf ich Sie darauf hinweisen, dass ich der Polizeioffizier bin und Sie der Zivilist. Und ich werde nicht zulassen, dass hier zügellose Anarchie herrscht, nur weil mein Vater einen Kursus besucht. Was für eine Katastrophe! Die Katastrophe, die mein Reihenhaus verwüstet, dann meine tropischen Fische und Dude McIntosh getötet hat! Meinen geliebten Stiefsohn! Sie haben ihn ermordet? Super! Mein erster Mordfall, ein toller Tag! Ich übernehme den Fall! Wo muss ich denn hingehen? Na zu mir, du Pfeifenreini! Das ist alles deine Schuld! Das wäre nicht passiert, wenn du Arnold nicht entführt hättest! Ja, und jetzt sind schon vier bösartige Kerle! Ich weiß gar nicht, wovon ihr da redet! Wir müssen dieses gefährliche Ding jetzt erstmal einfangen, und zwar schnell! Was ist, bist du nun mit deinem Bubi mit von der Partie oder nicht? Wer ist hier ein Bubi, du Polyester-Cowboy? Du nennst mein Schnuckilein Polyester-Cowboy, du! Schäbiges Hinterzimmerflitschen! Ich sollte dir auf der Stelle eine schallende Ohrfeige geben! Wir werden Arnold schon ganz alleine finden! Na, genau das habe ich von der heutigen Jugend erwartet! Es gibt keine richtigen Amerikaner mehr unter euch! Und heute ist Nationalfeiertag! Also, wenn du so ein großer Patriot bist, warum sind dann deine Kaugummis die offizielle Zwischenmahlzeit für die russischen Kosmonauten, hä? Na, ganz einfach deshalb, weil du ohne Schmiergelder für die NASA nicht mit ihnen ins Geschäft kommst! Die Kommunisten dagegen braucht man nur mit ein paar Prozenten zu beteiligen! Aber ich will nicht meine Zeit vertrödeln und euch die Gesetze der Marktwirtschaft erklären! Komm jetzt, Mervis, es reicht! Wir machen uns auf die Suche! Ich schicke dich zum Chromosom-Test, bevor wir Kinder kriegen! Mann, seht euch mal die scharfen Bräute an! Die werde ich mir jetzt mal aus der Nähe betrachten! Hey! Schnappt ihr die Wasserrappen! So kalt! Ich habe mich absichtlich mit ihnen verabredigt! Er ist schließlich der reichste Typ in der ganzen Gegend! Die haben's aber eilig! Ist diese hässliche alte Schrottschüssel nicht das Auto von Tut? Wer? Na, dieser abgebrannte, dämliche Plattenfreak! Er hat im Moment was mit Denise! Die kennst du doch auch! Ach, Denise, deren Schwester die Salatbar managt, in dem komischen Steakparadies! Genau, du kennst du doch! Was sind denn das für Dinge? Seine Kumpels höchstwahrscheinlich! Das ist mein Lieblingsbadanzug! Du Widerling! Oh nein! Oh nein! Viel Glück noch, Amy! Wo willst du denn hin? Warte! Komm her, du Papa! Ist dir alles gut? ... schon gut! Ist dir alles gut schon gut? Komm sofort raus da, Arnold. Mach's schon. Deine kleinen Knopfaugen erkenne ich überall. Danke für deine Hilfe, Amy. Das musst du gerade sagen. Ich werde doch deinetwegen mein Fitnessprogramm nicht absagen. Komm schon. Sie sind durch die Kanalisation entkommen. Dann können sie ja überall auftauchen. Was waren das für Dinge? Ähm, Touristen aus... aus Nevada. Rady Holly Johnson, hör sofort auf mit der blödsinnigen Knallerei. Du wirst doch wie jeder anständige Junge auch bis Silvester warten können. Mein Alter, ich rieche Eiscreme. Rady Holly, du bist mir zu leise. Rady Holly, du hängst doch was aus. Rady Holly, antworte mir. Hörst du nicht? Also was? Ah! Oh, um Gottes Willen, wo sind die denn her? Ah, komm weg da. Ha, ha, ha. Los, ihr geht sofort alle rein. Ha, ha. Idiot. Schnell, in den Kühlraum. Da ist schön auf. Hau bloß ab. Wie lange brauchst du eigentlich für einen Reifenwechsel? Es dauert halt ein bisschen ohne Wagenheber. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Vanille oder Schokolade? Ich nehme Strazia Teller. Halt da. Geh zurück. Letz dich ins Auto. Du Blünderer. Halt da. Halt da. Hey, Alter, ich halte dich. Oh, das sieht ja hier aus wie auf einer Müllkippe. Oh, Bob. Ich habe nichts. Danke, mir geht's wirklich gut. Ach, übrigens, ich bin Marge. Hallo. Und das ist Bob und das ist der kleine Buddy Holly. Danke. Nee, sonst wollen die mich rumtrauben. Wir sind bald im Krankenhaus. Was waren das bloß für Dinge? Außerirdische Mama, das habe ich dir doch gesagt. Du solltest besser gar nichts sagen. Ich brauche keine Behandlung. Alles halb so schlimm. Bob ist mal angefallen worden von einem Grisselbeeren im Yellowstone Park. Na, hoffentlich war es nicht Jogi Bär. Ich sag euch mal was. Ich wurde mal von einem Grisselbeeren angefallen im Yellowstone Park. Könnten sich die Herrschaften vielleicht mal ein bisschen beeilen? Danke, geht schon. Armer, kleiner, toter, toter. Es wird schon wieder sehr. Ich werde niemals meine erste Begegnung mit ihm vergessen. Er war gerade elf und ich sagte mir damals, das Bürschchen sieht ja aus wie ein Huhn und nun ist er tot. Beruhige dich, Liebling. Komm, jetzt Papa wird dich ein bisschen massieren. Harmes Ding. Er hat immer alles verpatzt, aber er hat es gut gemeint. Stimmt, Schatz? Ja, doch. Und wir werden ihn eines Tages im Himmel wieder treffen. Du, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ach, wirklich? Weißt du, es macht mich richtig an, wenn ich sehe, wie du alles selbst in die Hand nimmst. Ehrlich? Mhm. Na, dann haben die Beiträge für meine Selbsterfahrungsgruppe doch was gebracht. Hier steht, dass nach der Legende hohe Priester in der Lage waren, leblose Materie in lebende Wesen zu verwandeln. Sie benutzten dazu, ich zitiere, das Feuer der Götter. Zum Leben erweckt verfügten diese Objekte über Regenerationskräfte, die es unmöglich machten, sie zu zerstören. Mhm. Was kann dieses Feuer der Götter nur bedeuten? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich so eine Art Mikrowelle. Regenerationskräfte. Deshalb sind es vier geworden. Es ist wie bei den Würmern, wenn du einen Wurm zerteilst, hast du auf einmal zwei Würmer. Wir müssen die Leute davor warnen, sie zu zerteilen, sonst tummeln sich hier hunderte von diesen Monstern auf der Straße. Dies kleine Schweinchen aß Braten. Oh, hör auf, du Mensch. Dies kleine Schweinchen aß nichts. Und dieses kleine Schweinchen war ein böses Schweinchen und machte den ganzen Weg nach Hause. Pipi! Oh, hör auf. Oh, wie ich hätte eine bessere Stiefmutter sein sollen. Oh nein, Liebling, du warst eine wunderbare Mutter. Du warst eine. Willst du doch kurz ne? Nein, Mausi, ich mag nicht. Ich möchte nur von dir nach. Oh, ganz an. Oh, ich liebe dich so sehr. Willst du so ein Rosanes? Wollen wir mal sehen. Wo sind die Aufrührer? Du bist es, Ed, Gott sei Dank. Die Eingangstür ist aus Teakholz, du Arschloch. Aber hier ist doch sowieso alles verwüstet. Wozu brauchst du da noch eine Tür? Mein guter alter Ed, wir haben dich so verwisst. Wo hast du denn den Kampfanzug her? Tja, gefällt dir was? Den haben mir die Kumpels aus der Abteilung für taktische Attentate gelegt. Schatz, sei so lieb und mach uns ein paar kalte Drinks, ja? Eddie, du kannst dir helfen, sie leidet noch fürchterlich. Lass dir ruhig Zeit, Liebling. Was? Wir haben da bald ein paar ganz schöne Probleme am Hals. Eddie konnte nichts ausrichten, ne? Hatte auch das allerschlechteste Zeugnis auf der Polizeischule. Weißt du, Boss, der Fortbildungskurs hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hab das Gewehr hier gewonnen und dann noch diese Tasche. Das ist jetzt unwichtig. Pass gut auf. Wenn die Biester sich in den unterirdischen Höhlen aufhalten, wird man herausfinden, dass ich jahrelang massenhaft illegal Giftmüll gelagert habe. Und wenn ich auffliege, fliegst du mit. Oh, die beiden Superhörne zusammen? Cecil, ich hab da inzwischen etwas Interessantes herausgefunden. Ich will nichts davon hören. Ich werde mit diesen bösen kleinen Bastarten schon selber färben. Aber du musst mir mal zuhören. Es ist schon fast 9 Uhr und wir dürfen doch die Eröffnungszeremonie für den neuen Golfplatz nicht versäumen. Liebe Güte, und ich hab nicht mal meine Räder angehört. Dr. Cecil, du musst mir zuhören. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Bürgerinnen und Bürger dieses Bundesstaates, von anwenden der Zeit an hat der Mensch immer... Dr. Cecil, hörst du? ! Die Geschichte beweist, dass die Zivilisation Fortschritte gemacht hat zum Wohle aller Menschen, weil ein paar geniale Menschen den Mut zu großen neuen Visionen gehabt haben und die Kraft dazu, sie auszuführen. Bravo! Aber hinter jedem großen Mann gibt es immer eine liebende und uneigennützige Ehefrau, die seine Tage und Nächte mit einer so vollkommenen Liebe ausfüllt, so tief, dass es ihn geradezu drängt, sich auch seine wildesten Träume zu verwirklichen. Cäsar hatte seine Kleopatra, Napoleon hatte seine Josephine und Sonny hatte seine Schär. Doch ich bin der Glücklichste. Ich habe meine Melvis. Wisst ihr noch, sie haben mich einfach ausgelacht, als ich gesagt habe, dass ich hier den ersten 36-Loch-Mini-Golfplatz bauen werde. Aber ich habe mich nicht wehren lassen und ich habe meinen Traum realisiert. Und mit ihrer selbstlosen Hilfe habe ich etwas verwirklicht, die größte und schönste Anlage für Miniaturgolf. Hiermit erkläre ich nun offiziell Melvis' Miniaturgolfplatz für offizielle Öffnitz. So, nun geht mal eine schöne Runde einlochen. Spielt bis zum Umfallen. Heute geht alles aufs Haus, Leute. Ich gebe einen aus. So, die letzte Bahn. Nicht vergessen, der was jetzt noch nicht soll. Ha, 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 ha. Das ist meine Kuppelzir! Oh, eine tolle Aussicht. Hey, du hast geschummelt. Ich habe nicht getungen. Kommt, kein Herz, bitte noch mal he. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Das war's. Was war denn das? Papa, sie sind wieder da. Sie sind hier, Papa. Hör doch, Papa, sie sind hier. Seid eh, wir sind punktgleich nach diesem Schlag. Aber Papa, du verstehst überhaupt nichts. Sie kommen, sie sind wirklich wieder hier. Papa, guck mal, da sitzt einer. Guck doch mal hin. Pass auf, Papa. Ich glaube, dass ich heute keinen Glückstag habe. Hast du Schmerzen, Bob? Nein, nein, der Schreck hat mich von den Schmerzen abgelenkt. Geh mal her. Du schlägst das Glas ein. Ah. Ah, ah, verdammt, mach es weg. Hilf mir, beeil dich. Ich habe gar kein Geld dabei. Da fragst du mich, ob ich Geld dabei habe. Weg hier. Los, komm doch. Zu schnell, zu schnell. Los, los, weg hier. Ich konnte wirklich nichts dafür, ehrlich. Oh, nein, das war nicht dein Fehler, mein Sohn. Ich glaube, du hast dir ganz gut für Ordnung gesorgt. Tausend Dank, Papa. Ed, komm sofort her. Na los, mach endlich was, du dämlicher Wälder. Professor, nimm nicht dieses Wort in den Mund. Es ist schließlich eine Dame anwesend. Geh doch nicht so blöd rum. Geh und knall sie ab. Das ist ein Katastropheneinsatz, Papa. Richtig, mein Junge, gib mir Deckung. Jetzt werde ich die Burschen wegpusten. Allesamt. Du kannst sie nicht erschießen. Ach ja, und woher willst du das wissen? Weil ich dieses Buch gelesen habe, das Tagebuch des Eroberungs. Bödsinn. Hör doch mal zu. Diese Dinge regenerieren sich. Du kannst sie nicht umbringen. Wenn man sie zerteilt, dann vermehren sie sich. Das ist doch ausgemachter Mist. Glaubst du das, Melvis? Also, ich weiß nicht genau. Oh, Schätzchen. Halt das, mein Junge. Mitten mit Schwarz. Mitten mit Schwarz. Toll. Du hast ja noch ganz andere Talente. Nun, das hört man gern. Jetzt geht die Party ab. Oh, die hässlichen Viecher haben doch tatsächlich du Sachen an. Der Entscheider hat Denise extra zu seinem letzten Geburtstag eingefärbt. Keine Sorge, Liebling. Ich mach sie jetzt fertig. Gib mir deinen Helm. Kann ich nicht. Du gibst mir sofort deinen Helm. Schatz, gib mir mal die Schere. Bist du verrückt? Es werden immer mehr, wenn du sie zerstörst. Ach, hau ab hier. Ja, hau ab hier. Oh, hau ab hier. Ah, hau ab hier. Hey, grüß dich. Hey, grüß dich doch nicht. Ich weiß. Komm schon, du Saftsack. Hehehe. Hehehe. Na, der Depp weiß gerade nicht, was er damit anrichtet. Ach, danke. Na, hast du jetzt endlich begriffen, wie man sowas erledigt? Ich glaube, noch nicht ganz. Was ist denn das? Siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt sind schon sieben da. Ach, geh mir aus den Augen. Los, Ed, nimm ihn fest und nimm die ganze Bande mit. Ja, ich bin ganz liebslegig. Lass niemanden mit ihm sprechen. Warte, warte. Komm mal her. Ja, komm mal her. Wohin führen diese Abwasserrohre? Auf dein Firmengelände. Dann müssen wir sofort zurück zur Fabrik, bevor die Bieste die unterirdischen Lager aufdecken. Kann ich mein Helm wieder, dass er habe? Ach so, auch Ralf auf der Glatze? Sag mal, Eddie. Du willst uns doch nicht wirklich aufs Revier bringen und einsperren. Wohin? Ach, in den Knast. Na klar, das muss ich. Ein wirklich guter Bulle führt immer seine Befehle aus. Nein, 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 ein wirklich guter Polizist. Er denkt selbstständig und entscheidet blitzschnell, wann immer unvorhersehbare Umstände es erfordern. Du musst mir nichts mehr erzählen. Oder siehst du irgendwo schon wieder mal russische Spione? Such mal nach McDonald, die hat doch schon ein paar Filme gemacht. Nackte Faust. Ja, vielleicht ist sie ja nackt. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ihr unbedingt zum Golfplatz zurück wollt. Na, wir könnten dir sicher bei der Aufklärung helfen. Oh, du wirst doch bestimmt mal befördert werden. Du weißt schon. Ähm, ja, verstehe. Du meinst also, ich bin der beste Mann? Ähm, klar. Mhm. Hältst du eben mal bei der Pizzeria an? Ich hab Riesenappetite auf Zwiebeln mit Thunfisch. Ja, ich hab auch Hunger. Du könntest auch öfter Pizza essen in deinem Alter. Ich hab doch gesagt, es geht nicht. Wir müssen so schnell wie möglich zur Fabrik. Aber wir könnten uns doch ein paar einpacken lassen, hä? Pizza tönt mich nämlich an. Wow, Verstoß gegen Paragraf 13b auf frischer Tat überführt. Was ist da los? Ganz bestimmt ein paar ausgeflippte Gymnasiasten. Eddie, so ein Super-Wollen-Würdig gibst du ein zweites Mal. Ähä, ähm, äh, nach Gesetzesverordnung Nummer 35 Absatz C dürfen Zivilisten bei nationalem Notstand und Gefahr zur Polizeiaufgaben herangezogen werden. Du gehst rein! Was ist das? Elektrizität. Das Feuer der Götter. Genau wie's im Buch beschrieben war. Da vorne ist Anna. Kommt Jungs hier runter. Komm mit. Ich hasse dieses Steak-Paradies. In der Zeitung steht, dass man von Rindflasch einen harten Stuhlgang kriegt. Sie haben aber die beste Salatbar hier in der Gegend. Oh, da hast du völlig recht. Salat bringt die Verdauung wieder... Also gut, Ende, aus. Schluss! Wir fahren jetzt sofort zu Burgerland und damit hat's sich. Ist das einverstanden? Von Hamburgern krieg ich immer Blähungen. Ja, ich auch und außerdem in harten Stuhlgang. Aufhören! Mann, ist das kalt hier unten. Ist ja wie in Peru. Merkwürdig, dass das hier so hell erleuchtet ist. Ich bin sicher, Mr. Waterman hat dafür eine ganz plausible Erklärung. Na, ist wahrscheinlich eine total windige. Der Mann ist ein großes Vorbild für mich. Herzlichen Glückwunsch. Sieh mal! Sie müssen in die Richtung gegangen sein. Hilfe! Hilfe! Ich brauch Hilfe! 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 Alles in Ordnung. Haben wir gut hingekriegt. Alles klar, Kumpel? Oh, und wo lang jetzt? Ihr beiden geht da runter. Ich versuch's hier lang. In fünf Minuten treffen wir uns hier wieder. In Ordnung. Dann lass uns aber die Uhren vergleichen. Ich hab drei Minuten vor elf. Genau. Stimmt. Seid ihr komischen Zwerge immer noch nicht fertig? Wie soll ich jemals Bezirksleiter werden mit so unfähigen Angestellten wie euch, hä? Na los. Bisschen schneller. Keine Pausen, verstanden? Genau solche Typen wie er bringen die Burgerland-Manager schweren Verruf. Ach, vergiss es. Er hat Sozialisationsprobleme. Und Probleme mit seiner Größe. Hier ist Tessel Waterman. Wir bestellen, äh... Warte mal, ich will doch keine Pastete. Ich möchte nur ein Brötchen mit, äh, Salat und Tomate. Und ich möchte bitte nur ein Obstsalat. Nein, kein Obstsalat für dich. Du kriegst davon Nesselfieber. Nein, ich krieg das nur von Ananas. Los jetzt! Also machen Sie drei doppelte Melvis-Burger, dreimal Pommes und Solarshakes. Haben Sie verstanden? Haben Sie nur drei doppelte Melvis-Burger, dreimal Pommes und drei Solarshakes. Geht das klar? Kann sein, dass der Lautsprecher nicht funktioniert, oder? Hier ist Tessel Waterman. Und ich bestelle was. Drei doppelte Melvis-Burger, dreimal große Pommes und drei Solarshakes. Hören Sie mich. Und eine Gurke, eine Gurke. Noch nichts fertig? Hallo, äh, nichts los heute Abend. Bernhard! Du hast gesagt, du hast für die Nachtschicht einen erstklassigen Mann eingestellt. Einen Spitzenmann, der kann sich gleich heute einen neuen Job suchen. Bernhard, wo stecken Sie? Bernhard, sind Sie hier? Wo bleibt unser Essen? Ich finde das gar nicht komisch. Bernhard, hier ist Tessel Waterman. Was ist denn nur los hier? Du machst Licht an, Ed. Ah, hier ist irgendwas am Cola-Automaten. Hier lang, Alter. Komm, schnell. Die werden ganz sicher in die Höhlen gehen. Wir müssen sofort zur Fabrik. Ich habe aber noch Hunger. Weißt du, Cindy, Paul mag ja wirklich ein guter Kumpel sein und zuverlässig, aber... Aber ganz so richtig weiß er doch nicht, wo es lang geht. Verstehst du, was ich meine? Was wirst du mir denn damit sagen, hm? Äh, na ja, ich habe mir gerade gedacht, dass so eine Superfrau wie du doch eigentlich mal mit einem Typen ausgehen könnte, der wirklich Zukunft hat. Und der wäre? Ich gehe halt wieder auf die Polizeischule und werde da zum Gummiknüppel-Spezialisten ausgebildet. Und ich denke schon, danach werde ich mich von meinem wilden, total aufregenden Junggesellenleben verabschieden, mich häuslich niederlassen und mir ein Grundstück neben dem Videoladen kaufen. Eddie, ich würde wirklich lieber ins Kloster gehen und Nonne werden. Wenn du nur halbtags betest, wäre es mir egal. Darf ich dir raushelfen, Melvis? Oh, ich glaube, mir wird schwindelig. Oh, um Gottes Willen, was hast du? Ich verhungere! Wenn wir für diese Frau nicht bald was zu essen bekommen, übernehme ich keine Verantwortung. Na kommt, ihr beiden! Ich habe Hunger! Komm schon! Was war das? Eddie? Eddie! Eddie, bitte sag was! Hey, Baby, lauf dein Weg weg, wir werden doch ganz nett zu dir sein! Ich will dir ja keinen Vorwurf machen, aber wenn wir nur kurz zur Salatbar gegangen wären, dann hätten wir gratis die Styropor-Schädchen mitnehmen können. Es hätte vielleicht fünf oder auch zehn Minuten gedauert, höchstens. Hier, iss doch den Tubenkäse! Ey, geht von Tubenkäse, quäl mein Auge drauf! Oh, davon kriegt man ja einen schönen Fluor-Karbonat-Rausch. Ey, Boss, gibt's hier ein paar Kräcke? Naja, man kann das ja auch mal positiv sehen. Ich habe gelesen, Fasten sei gut für die Seele. Meinst du, dass die Abwandkosten noch ausliefert? War es in Ordnung, Eddie? Ich muss wieder aufs Spielfeld, Trainer. Nächstes Spiel, Eddie. Ganz sicher. Sese, lass mich rein! Hey, Sese, warum denn so heilig? Mein Herz klopft wie wild! Wann wäre sie hier drin gewesen? Aber nur beinahe. Hey, Mann, lass mich! Bis vor dir da, Alter! Die Geschäftszeit ist jetzt zu Ende. Oh! Oh! Ich, ich, ich habe Platzangst. Oh nein, ich auch! Na, na, keine Panik, Liebling. Papa ist bei dir. Hier, hier, nimm meine Hand. So, besser jetzt? Ja, doch, danke, Boss. Lass sofort los! Hm. Ah! Oh! Oh! Oh, so Mist! Wer hat sich da drin eingeschlossen? Was machen wir jetzt? Kommt, wir besorgen uns erst mal was zu essen. Ja, aber ich! Oh! Ich bin gleich bei dir. Ich kann dich sehen. Ich komme, Süße. Los geht's. Um Gottes Willen, so werden es ja immer mehr. Der ist nicht wie ich. Zwei, Zwei. Zwei, Zwei! Zwei, Zwei! Zwei, Zwei! Das war's für heute. Komm zu mir, meine kleine Pfirsichblüte, mein süßer, kleiner Liebling, mein Mousse-Schokolade. Komm, meine Mäste, mein Mäste! Paul? Gott sei Dank. Ja, ein Glück, dass du da bist. Wie geht's dir? Na gut, aber es war unheimlich. Ja, ein Glück, dass du da bist. Sollen wir das für deinen Vater mitnehmen? Ja, ich glaube, ich muss ihm was mitbringen. Er wird sowieso sauer sein. Hey, passt mal auf. Ich glaube, ich habe was gefunden. Das ist ja nicht zu glauben. Ich stehe die ganze Zeit daneben. Na Gott sei Dank. Kannst du dir das vorstellen, Schatz? Wir haben den Schalter überall gesucht und er war die ganze Zeit hier. Halleluja, haben wir aber Glück gehabt. Geht's dir gut, Schatz? Wer ist da? Dein Papa. Ja, und weiter? Papa, du? Hör mal, Eddie. Ja, hier. Ich bin Cecil Waterman. Steht zu Diensten. Drück bitte sofort den Notschalter. Meinen Sie den roten Knopf gleich hier auf der Seite? Nein, 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 auf der anderen Seite. Aber ich kann hier nichts entdecken, Mr. Waterman. Auf der Seite. Seite, du Idiot. Gut gemacht. War ein schwerer Auftrag, mein Sohn. Ja, super, was? Was ist mit den Monstern passiert? Die sind in tausend kleine Stücke zerschlagen. Hier, guck dir das mal an. Asbest für Tiefkühlfischstäbchen? Ach, und Frostschutzmittel für Mandarinen, Orangen, Limonade? Ich denke, wir haben alle eine lange Nacht hinter uns. Ihr wollt sicher nach Hause. Das ist ja unglaublich. Du produzierst Snacks aus Giftmüll. Aber sie sind absolut harmlos und gut verträglich, Paul. Es ist alles mit einer speziellen Neutralisationslauge vermischt. Natürlich sollte sich das nicht überall herumsprechen. Geschäftsgeheimnis und so nicht. Weißt du, Paul, ich habe nachgedacht. Ich könnte so einen klugen Burschen wie dich hier in der Fabrik gut gebrauchen. Du könntest die Herstellung von schwach quecksilberhaltigen Quarktaschen überwachen. Was hältst du davon, mein Neffe? Das hier. Oh, mein armen Schätzchen, mein Nasenbär. Und nimm den Burschen sofort fest. Erregst du mich noch? Was soll denn das? Du arbeitest für mich. Nicht mehr länger. Ich habe nicht gewusst, dass du Lebensmittel vergiftest. Du kannst mich nicht verhaften. Ich kenne die Filme, in denen gezeigt wird, was mit kleinen Mädchen passiert, die ins Gefängnis kommen. Hey, ihr seid doch schon mit beiden Beinen im Knast. Also könntest du doch jetzt mal die Schnauze halten, Schätzchen. Die werden mich da total verzerrt. Eddie, könntest du uns nach Hause fahren? Na, selbstverständlich, mein Junge. Wenn du willst, empfehle ich dich bei der Polizeischule. Mein Armer hatte da schon immer mehr Gewicht als jeder andere. Ich habe damals schon die meisten Strafmandate verteilt. Na, ich komme vielleicht darauf zurück. Aber ich werde jetzt erst mal eine Weile hierbleiben, weißt du? Mach's gut, Eddie. Wiedersehen, Eddie. Was ist denn mit Arnold passiert? Hallo, Papst, du wirst es nicht glauben, aber ich... Das ist alles Cecil schuld gewesen. Simon, das ist ja ein fabelhaft erhaltenes Exemplar. Dafür hätten Sie mir nicht die Geschichte mit den Außerirdischen erzählen müssen. Ich wäre auch so gekommen. Das ist Dr. Crowder vom Archäologischen Institut. Das ist mein Sohn Paul, seine Freundin Cindy. Hallo. Nett, Sie kennenzulernen. Darf ich? Sicher. Erstaunlich. Ich kann Ihnen für die Statue 25.000 Dollar anbieten. Sie gehört Ihnen. Eine unglaubliche Bereicherung für das Naturgeschichtliche Museum der Universität. Ein paar Leute werden natürlich sagen, dass ich zu viel bezahlt habe, aber für so ein Stück fantastisch. Gut, ich habe die Wette verloren. Ich werde mich morgen an der Uni einschreiben und... So? Ach, ich muss dir was erzählen. Erinnerst du dich an die Wasserprobe, die ich in Peru im Tempel genommen habe? Ja. Ich habe sie untersuchen lassen. Es ist so eine Art Kifftmüll. Aber seine Zusammensetzung ist völlig unbekannt auf der Erde. Du glaubst also, dass Machu Picchu wirklich... Eine außerirdische Giftmülldeponie ist, ja. Das wird mein neuer Bestseller. Machu Picchu, Giftmülldeponie, der Götter. Hey, das könntest du doch gut in deiner Show verwerten, hm? Ich brauche nicht zu studieren? Nein. Ein kluges Köpfchen sollte man nicht unterbeschäftigen. Nicht sehr komisch, wirklich nicht. So, was hältst du von L.A.? Es ist wie in New Jersey. Nur mit Erdbeeren. Amigo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik